Herzlich Willkommen zu dieser DVD, mit der wir Ihnen etwas ganz Besonderes bieten möchten. Wunderschöne Landschaftsbilder, eine speziell komponierte Entspannungsmusik und positive Leitsätze fördern Ihr körperlich-selisches Gleichgewicht und unterstützen Sie dabei, Ihre ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Wissenschaftliche Grundlage dieser einzigartigen Kombination von Film, Musik und Sprache ist die Suggestionsforschung, die in zahlreichen Studien gezeigt hat, dass unser ganzes Leben von suggestiven Worten beeinflusst werden kann. Diese Erkenntnis ist aber nicht neu. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts entdeckte der französische Apotheker Émile Coué die tiefgreifende Macht der Suggestionen, Auslöser seiner Forschungen, war eine verblüffende Erfahrung, die er mit einem Schmerzpatienten gemacht hatte. Der Mann war von ihm jahrelang erfolglos mit Medikamenten versorgt worden. Eines Tages bat ihn der Gepeinigte um eine neue Mixtur gegen seine Schmerzen. Da Coué aber keine ärztliche Zulassung besaß, verabreichte er ihm ein völlig wirkungsloses Mittel. Überrascht stellte er dann aber fest, dass dieses Scheinpräparat trotzdem den ersehnten Erfolg brachte. Der Schmerzkranke war nach kurzer Zeit beschwerdefrei. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass Placebos genauso wirken können wie echte Medikamente. Für Coué dagegen war diese unerwartete Heilung ein Aha-Erlebnis. Ihm wurde klar, dass der Erfolg einer Therapie ganz wesentlich von der Erwartungshaltung des Patienten, also von seiner Selbstbeeinflussung abhängt. Deshalb untersuchte er nun systematisch die Wirkung positiver Suggestionen. Im Laufe der Jahre entwickelte er die Methode der sogenannten bewussten Autosuggestion. Grundlage dieses Selbsthilfeverfahrens waren positive Leitsätze, die in regelmäßigen Übungen gesprochen und gedacht werden sollten, vor allem die berühmte Formel, es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Obwohl Coué schon fast in Vergessenheit geraten ist, wissen wir heute, dass Suggestionen unsere Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen unser seelisches Gleichgewicht und unsere Gesundheit in entscheidender Weise beeinflussen können. Die positiven Leitsätze auf der DVD weisen noch eine Besonderheit auf. Die Worte werden nicht nur gesprochen, sondern teilweise auch geflüstert. Dieser vertrauliche, aber auch beschwörende Tonfall wirkt besonders intensiv und eindringlich. Die visuelle Einblendung wichtiger Schlüsselwörter in den Naturfilm steigert ihre Suggestivkraft noch zusätzlich. Denn diese optischen Reize sprechen ja einen weiteren Sinneskanal an und verdichten die Suggestionen sehr einprägsam auf ihre wesentliche Aussage. Trotzdem brauchen positive Leitsätze längere Zeit, um sich gegen fest verankerte negative Einstellungen und zweifelnde Gedanken durchzusetzen. Machen Sie deshalb die DVD zu Ihrem vertrauten täglichen Begleiter, der Sie aufmuntern und motivieren und Ihren persönlichen Zielen näher bringen kann. Eine besonders wirkungsvolle Ergänzung des Suggestionsprogramms ist unsere aufwändig produzierte Entspannungsmusik. Ihre harmonische Gestaltung, ansprechende Melodien und ein gleichmäßiger Rhythmus, weitgehend im Ruhepulstakt von 60 Schlägen pro Minute, erzeugen eine angenehme Stimmungslage, innere Ruhe und Wohlbefinden. So gewinnen die Suggestionen auf indirekte Weise an Intensität und Nachdruck, ohne aufdringlich oder fordernd zu wirken. Der zweite Teil der DVD enthält die Naturszenen und die Hintergrundmusik ohne gesprochenen beziehungsweise eingeblendeten Text. So haben Sie die Möglichkeit, eigenen Gedanken nachzugehen, ein bisschen zu träumen oder sich eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. Lehnen Sie sich nun entspannt zurück, vertiefen Sie sich in die wunderschönen Naturbilder, genießen Sie die beruhigende Musik und lassen Sie die Leitsätze einfach an sich vorüberziehen. So können die Suggestionen ganz beiläufig ihre positive Wirkung entfalten. Für die Anwendung der DVD und für die Verbesserung Ihrer Lebensqualität wünsche ich Ihnen entspannte Stunden, angenehme Unterhaltung und viel Erfolg. Musik Amen.